Donnerstag 30.11.2017, 10.05 Uhr, drucken Nutzungsrechte-Feedback-Eiff, typeof adi, gleich undefinit, adi.ad, brandet-schandl-teaser, der anhaltende Aufschwung der deutschen Wirtschaft, drückt die Arbeitslosigkeit weiter. Im November hatten 2,368 Millionen Frauen und Männer keinen Job, so wenige wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Function, Dollar, Function, war Framik gleich Dokument getelement by it, spiframitml unterstrich 120162, Framikrappik-Data gleich chart, HIKT, 315, Title, Text, Arbeitslosigkeit in Deutschland, Subtitle, Text, Kredits, Text, Quelle, Bundesagentur für Arbeit, Tooltip, Shared, True, Y-Axis, Endontik, False, Min, 2 Millionen, Title, Text, Arbeitslose, L-A-B-I-L-S, Formate, Function, Etern-High-Charts-Number-Format, Tis-Value-Slash-1-Million-Komma-Eins, Plus-Million, Endontik, False, Title, Text, Arbeitslosenquote, L-A-B-I-L-S, Format, Value, 1F-Prozent, Opposite, True, X-Axis, Type, Date-Time, Series, Index, 0, Type, Kolumen, Name, Arbeitslose, Color, Router A9C0DC, Tooltip, Value-Sofix, Data, 147795840000, 2531975, 1480550400000, 2568273, 1483228800000, 2777387, 14859072000000, 2762095, 148832640000, 2662111, 1491004800000, 2568612, 1493596800000, 2497718, 149627520000, 2472642, 1498867200000, 2517645, 1501545600000, 2544845, 1504224000000, 2448910, 1506816000000, 2388711, 150949440000, 2368411, Index, 1, Y-Axis, 1, Type, Line, Name, Arbeitslosenquote, Color, Raute 4572A7, Tooltip, Value-Sofix, Prozent, Data, 147795840000, Fünfte 7, 1480550400000, Fünfte 8, 14832288000000, Sechste 3, 14859072000000, Sechste 3, 148832640000, Sechste 0, 149100480000, Fünfte 8, 14935968000000, Fünfte 6, 1496275000000, Fünfte 5, 14988672000000, Fünfte 6, 15015456000000, Fünfte 7, 1504224000000, Fünfte 5, 1506816000000, Fünfte 4, 150949440000, Fünfte 3, Frame src gleich slash statik, hub slash unterstrich pattern, chart slash high chart, chart v erste html, if, type of ad, gleich undefinit, ad.ad, outstream, if, type of ad, gleich undefinit, ad.ad, Mitte unterstrich 1, das waren 20.000 weniger als im Vormonat und 164.000 weniger als ein Jahr zuvor. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern steigen auf hohem Niveau weiter kräftig, teilte die Bundesagentur für Arbeit, BA, mit. Derzeit sind 772.000 offene Stellen gemeldet, 91.000 mehr als vor Jahresfrist. Unterher Ausrechnung jahreszeitlicher Schwankungen nahm die Erwerbslosigkeit im November um 18.000 ab. Experten hatten lediglich einen Rückgang von 10.000 erwartet. Die Arbeitslosenquote ging von 5,4 von 5,3% zurück. Deutsche Presse Agentur Statistik, Die offizielle Zahl gibt allerdings nicht den vollständigen Umfang der Arbeitslosigkeit wieder. So sind, wenn man etwa Arbeitslose in Beschäftigungsmaßnahmen oder arbeitsunfähig Erkrankte mitrechnet, im April knapp 3,4 Millionen Menschen ohne Job gewesen. Diese sogenannte Unterbeschäftigung ist allerdings ebenfalls zurückgegangen, und zwar 149.000 im Vergleich zum Vorjahr und um 21.000 zum Vormonat Oktober. If, typiof ad, gleich undefinit, ad, mitte unterstrich 2, war kriteo gleich kriteo, kriteo events gleich kriteo events, kriteo events plus h, function, kriteo display acceptable ad if ad blocked, zunite, 458539, container it, crt 4183 ff 44, Oberriedezone Flur, Fallse, Grund für den Rückgang ist der Konjunkturboom, die deutsche Wirtschaft dürfte 2017 das achte Jahr in Folge wachsen. Nach Prognose der Industriestaatenorganisation OECD wird sich der Aufschwung 2018 und 2019 fortsetzen.